Wir laden alle ein, am Ostersonntag mit dem Osterhasenzug der Waldhofner Citybahn zu fahren. Wir starten um 13.35 Uhr am Hauptbahnhof. Wir fahren bis den Start, da hat der Osterhase für jeden Teilnehmer eine kleine Überraschung parat. Und ab der Station Schillerpark wandern wir gemeinsam in den Naturpark zur Ostereierswahl. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Wir haben einen Hauszug auf der Citybahn, für eine Osteria-Suppe in der Vierbank. Sehr schön. Das heißt, nötige Kinder am Bahnhof und dann eine nette Zufahrt und Osteria-Suppe. Sehr schöne Idee. Untertitelung des ZDF, 2020 Das sind ja Mastviertler Glückssäure. Das ist zwar ein typisches Motiv, das ist der Öltscher Bär, ein bisschen auf Chinesisch. Wenn es sich nur anschneibt, schaut er eher so aus. Nach dem Mittenschlag im Frühjahr, wenn er dann wieder erwacht wird. Das ist ja Mastviertler Glückssäure. 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 Das ist ja Mastviertler Glückssäure kostenlos Bär, die Fl закрыfe Kai von Dr. Albert Glückssäure, Eat and Deputy ra tulsamen. 95003-E Bärberg und Leibora Das ist ja Mastviertler Glückssäure. Das ist ja Mastviertler Glückssäure. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020